Als junge Unternehmer möchten wir ein Zeichen setzen, zusammen mit der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Wir möchten ein Zeichen setzen gegen faule Kompromisse und das macht in Deutschland im Moment sehr stark den Eindruck, dass wir lauter faule Kompromisse haben. Von echten Steuersenkungen kann keine Rede sein. Und das ist umso bedrohlicher, als dass wir sehen, dass international der Wettbewerb gerade richtig angefacht wird. Die USA und Trump haben vorgelegt, selbst in Frankreich gibt es eine Vision, in Österreich wird Bürokratieabbau betrieben. Und was passiert in Deutschland? Relativ wenig, deswegen feiern wir echte Steuersenkungen. Unsere Forderung ganz konkret ist, dass wir den Soli abschaffen. Es gibt keine Argumente mehr, die den Solidaritätszuschlag noch rechtfertigen. Wir möchten eine echte Entlastung haben, auch für Arbeitnehmer.